Der Körger? Warum ging er in die Kirche? Tja. Die Kirche hat hier einen ganz schlechten Ruf, muss ich sagen. Jetzt kommen wir wieder zu der... Wo ist denn die Katze überhaupt? Okay. Da ist der Priester, der... Ist das... Kann das sein, dass das der Priester ist, der auch Sergej beschützt hat? Was schlachtet der denn da? Was schlachtet? Das ist nicht Todes, sondern Sauber, Herr Herr. Ich habe die Schmerzen des Schmerzes. Er... er hat meine Sprache gehört? Warum so surprised? Du warst mir die Weg in meine Träume, immer wieder einmal. Dass der Welt's Sauber war mein Verwalt. Das ist ein Geheimnis. Sie heißt das eine Heilung? Das ist ein Massacre! Das Blame ist auf sie. Sie können nicht ihre eigene Schmerzen ausfüllen. Insofern, sie würden die eigenen Land, die Gäste, sogar die Kirche für ihre eigene Schmerzen. Soch schrecklich, Vermin. Was würde sie sagen, ihre Krankheit, wenn nicht Malevolenz? Are Sie wirklich? Ich versuche es dir. Diese Welt ist so glücklich, mit Malevolenz. Wenn ich nicht die Schmerzen ausfüllen, kann ich kein Zukunft sein. Ich weiß es, aber es muss sein. Das ist meine Schmerzen Aufgabe. Leila, ist er? Nein, er ist kein Heilung. Herr Amathor, Sie sind unter Verabschiedung für ein Mass-Murder. Ha, 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 ha. Sie sagen, dass ich mit den Verabschieden der Menschen bin? Wie schrecklich. Aber dann wieder, wer könnte dich schmerzen? Wie schrecklich. Ich bin sehr sicher, dass dein Bruder verabschiedet wurde von Cardinal Fortin in einem Versuch zu kämpfen. Sie sind nur ein Schmerzen. Sie sind nur ein Schmerzen. Sie können nicht nur schmerzen, aber seine Schmerzen auf die Kirche verabschieden. Und du, der Schmerzen, der so schwer zu verabschieden ist, für seine Schmerzen ist, für seine Schmerzen. Wie schrecklich! Enough, Surae. Was er sagt, ist nicht weit weg von der Wahrheit. Natürlich ist es nicht. Bitte, in mir, was dich verabschiedet hat. After all, ist es meine Aufgabe, zu retten, zu retten, zu retten. Surae, Seraphim, ich bitte Sie, bitte, nicht zu uns, Menschen. Was ist jetzt passiert? Gut, der Iris-Stein liegt jetzt da. Schön. Was? Okay, wir, wir, wir gucken uns mal den Iris-Stein an. Wir schauen uns mal was, 얘�ensab ich etwas zu tun puedesdi. Dulłych-Stein liegt questa. Vizietando, was war nicht hinweist, Come hat mich还有 in das Geld vorliegen, Das war total, Lila. Du bist in perfekte Harmonie. Mann, ich bin eigentlich ein bisschen stolz. Ja, in der Fall mit ihm. Du hast noch eine lange Zeit zu gehen. Lila, ich wünsche mir, dass ich so eine Reise mit dir gehen kann. Sarei, Entschuldigung, Sarei. Huh? Ja, diese Reise jetzt ist ein bisschen so Spaß wie es damals war. Vielen Dank an alle hier. Aber der Hirte hat es nicht geschafft, also wird unsere Reise doch besser sein, oder nicht? Ich speichere mal eben. Ich weiß nicht warum. Ich speichere. Muss doch komisch sein für Lila, immer wieder in die Vergangenheit so blicken zu können und das zu sehen, was sie damals erlebt hat. Aber ich glaube, naja, sie, gut, sie weiß ja, was mit dem Hirten damals passiert ist, warum er es nicht geschafft hat. Müsste sie ja eigentlich wissen und, naja, also glaube ich mal, dass sie nicht erfreut ist, wenn die Reise so... Ich glaube, ich verstehe, wo ich diese weirden Gefühle habe. Ich konnte nicht sensen, wie eine murderische Intente hinter diesem Begriff. Das Priester erwähnt sich nicht zu töten als purifizieren? Ich glaube, er ist auf seine Grunde. Er hat wirklich geglaubt, dass er die Welt rettetet hat. Und das ist genau das, warum er weder Neuver-Levelanz nicht entwickelt hat, als er eine Hellige ist. Das ist mehr schrecklich als alles. Wie konnte sein Gefühl der Wahrheit nicht so verabschiedet werden? Er sagte nicht, dass ein Seraph ihm die Weg in seinen Träumen gezeigt hat? Das ist wahrscheinlich das, was das gemacht hat. Something so formless. Something formless? Wie eine Illusion? Vielleicht Misty ist hinter all das. Selbst wenn Simone eine Hand hat, das nicht genug ist, um ihn zu retten, was er getan hat. Irgendwann, was der Grund ist, zu töten ist ein Schmerz. Um ihn zu töten, ohne das zu erinnern, bedeutet... Er ist wie ein Monster. Weckere, verrückte, starkere... Es gibt verschiedene Typen da. Ja, aber es gibt auch Leute wie Sergej. Ja, ich weiß. Die Schlussfolger sind viel besser als ich. Ich bin immer total stümperhafter drin. Okay. Ich versuche nochmal mit Sergej zu reden. Mal sehen, ob der irgendwas hat, weil die sind ja einfach... Die sind ja einfach verschwunden. Warum sind die eigentlich einfach verschwunden? Wann war eigentlich da jemand schon mal drin? Da kamen wir nie rein, ne? Ne. Warum sind die denn auch einfach verschwunden? Hier ist kein Sergej, okay. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Ehrlich gesagt. Aber wir haben unseren Iris-Stein gefunden. Also eigentlich müsste es ja... Vielleicht wartet er vor der Tür draußen. Ich hab keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall reges Treiben. Da haben wir schon geredet, da wo der blaue Punkt war. Also eigentlich haben wir das ja in Pendrago quasi erledigt. Was ist das eigentlich für eine Kutsche? War die schon immer da? Ich glaub nicht, dass das irgendwas besonderes ist. Wer hat den Hauptmann zusammen mit den Hirten gesehen? Wer macht denn sowas? Äh... Ich weiß nicht, wo Sergej hin ist. Ich denke mal, wir treffen nochmal auf ihn. Was hat denn Rose zu sagen dazu? Gibt es Neuigkeiten über die Mörder? Suchen wir in der Games-Heroen nach dem Iris-Stein? Haben wir die nicht schon gefunden? Achso, ja, genau. Ich wollte... Ja. Einverstanden. Also auf zu den Ruinen nördlich von Pendrago. Okay, nördlich von Pendrago ist ja... Geil fürs Ruin, da oben. Laufen wir da mal ganz schnell hin. Ich kann ja nicht immer schnell Reise machen. Das ist ja jetzt nicht so weit weg. Deswegen laufen wir da hin. Vielleicht treffen wir noch irgendwas Interessantes. Weil wir ja auch hier eigentlich schon alles gesehen bzw. aufgedeckt oder was auch immer haben. Aber vielleicht können wir ja noch ein paar Gisten looten, wo ein bisschen, naja, was zu essen drin ist oder so. Oder ein paar Trank des Lebens. Ich glaube, ich hatte ein paar verbraucht. Oder ein paar Pfirsich- oder Traubengummis. Deswegen ist es nochmal schön ein bisschen durch die Kornfelder zu. Ach, das ist das, das... Das, das, das Rascheln der Weizen. Ich dachte gerade, was ist denn hier los, Alter? Werde ich hier von 20 Schlangen verfolgt? Das ist, wenn wir da durchlaufen. Macht das so ne Geräusche. Ist ja voll krank. Sind wir eigentlich noch richtig? Oh, ich denke mal schon. So, das ist unsere Ruine. Aber da waren wir doch schon mal drinnen gewesen. Hätte ich da noch nicht reingehen sollen? War ich meiner Sache voraus? Was? Das wäre schon... Das wäre schon doof. Das wäre schon doof gewesen, weil ich jetzt hier den Sachen voraus laufe, aber... Kann man ja nicht wissen. Es ist hier drinnen irgendwo noch ein Iris-Stein. Das kriegen wir schon raus. Wir waren ja hier schon mal drinnen gewesen. Also eigentlich sollte das ja gar kein Problem sein. Ja, nee, lass mich in Ruhe. Ich hab kein Geld. Nein, ich hab immer noch kein Geld. Jetzt muss ich mich erstmal umgucken, wo wir schon waren und wo wir nicht waren. Ein Schweinchen. Okay, hier scheinen wir schon mal gewesen zu sein. Ich glaub nämlich, da war eine Tür gewesen. Aber wir können ja trotzdem die Truhen öffnen. Ein Allheilmitteltrank. Den können wir immer noch nicht aufmachen. Ich bin sehr schockiert drüber, dass wir es immer noch nicht hören. Eine Schirmlanze. Mhm. Ne, ich möchte hier nicht gegen Bauern kämpfen. So, von wo kam ich? Ich weiß das nicht mehr. Okay, wir werden es aber herausfinden. Da vorne kann man auch wieder sich durchteleportieren. Ja, ist ja gut. Zack. Hey. Zack, hab ich gesagt. So, was kriegen wir hier? Ein Allheilmitteltrank. Gut. Warum nicht? Ich mein, wir brauchen es nicht vielleicht deswegen, aber... Hatten wir hier den Endgegner denn schon besiegt? Das weiß ich gerade nicht. Hatten wir den Endgegner schon besiegt hier? Da waren wir noch nie. Warum waren wir da noch nie gewesen? Ähm, Orientierung gleich Zero? Vom Orientierung zu Hero oder was? Was? Ein Baum. Hier kommen wir hoch. Finde ich hier überhaupt raus? Oder rein? Oder... Was haben wir überhaupt hoch? Ah, hier ist was. Hier ist nichts. Ja, okay. Dann machen wir das. Fertig. Umhauen. Tuck, 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 tuck. Und erledigt. Nee. So, hier teleportieren wir uns schnell mal rüber. Haben wir hier gerade nicht schon gewesen? Nee. Hier sind auch die Truhen ungeöffnet, also... Ein Hut. Dornenschuhe. 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 Dornenschuhe zuerst. Viele schöne Dinge aber nicht wirklich Dinge die wir brauchen. War ich da schon gewesen? Hab ich mich hier schonmal... Achso, dann geht's nicht weiter. Zwei Mann! So, müssen wir jetzt wieder gegen diese komischen Siegagenten. So, erledigt. Jupp, alles klar. Okay, dann heißt es wieder zurück. Was wir hier noch gar nicht rein brauchen. Was doof ist aber auch. Kann man aber nicht wissen. Kann man nicht wissen. Aber es muss ja irgendwo noch ein Geheimnis geben, wo wir denn noch überhaupt nicht waren. Muss ja so sein. Sonst wären wir da ja schon gewesen. Weißt du? Ja, drückt mich näher an da hinten. Okilidokili. Wir gehen jetzt mal weiter hier lang. Oder? Wenn wir jetzt hier, dann kommen wir hier unten. Aber irgendwie, ja gut, vielleicht kann man hier, ja. Wir gehen mal weiter hier lang. Da sind die Gräber offen. Das ist immer gut. Das ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn Gräber offen sind. Hier konnten wir noch nicht lang. Jetzt können wir hier aber lang. Und jetzt können wir auch denn den Weg hier gehen, der hier ist, da hoch. Und dann kommen wir, denke ich mal, dahin, wo wir hin sollten. Und das war bestimmt noch das große Geheimnis. Ich hoffe es einfach mal. Auf jeden Fall ist das hier jetzt alles wieder neu. Das ist alles neu für mich. Ja, 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 ist ja alles gut. Da können wir uns rüber. Aber wir gucken natürlich erstmal in die andere Richtung. Und finden eine Truhe. Toll, eine Truhe. Gewaltig. Grell pinkes Shirt. Haben wir nicht ein Grell? Haben wir das nicht schon? Guck mal hier, der kribbelt da rum. So, teleportieren wir uns hier rüber. Zack. Guten Tag. Was soll ich hier machen? Ja, ich muss den jetzt erstmal. Erledigt. Nein, ich kann nicht. Was soll ich denn öffnen? Achso, das ist eine ganz normale Tür. Kann ich hier nicht wissen. Sah so episch aus, die Tür. Die ist auch so episch hochgefahren. So, hier sind aber einfach nur wieder Truhen drin. Oh, okay. Können wir sogar mal gebrauchen. Heiliger Trank. Okay. Aber sonst nichts weiter. Okay. Okay. Dann müssen wir wohl ein Blümchen. Endlich ein Blümchen gefunden. Gott, Alter. Ich dachte schon. Zack. Hier geht es wieder runter. Oh, es ist ein Hin und Her hier. Oh, da ist ein Norman. Hallo. Ja, natürlich. Das steht vor mir. SK Wiederherstellungsgeschwindigkeit bei Verteidigung plus 4%. Ja. Von mir aus. Ist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, hier geht es dann wieder weiter runter. Und hier ist dann auch gleich der Geschichtensstein. Vorher teleportieren wir uns oder beziehungsweise gucken wir uns natürlich auch überall um. Muss man ja, weil wir haben ja noch nicht alle Schlüssel und deswegen lohnt es sich hier überall hinzugehen und zu gucken. Scharfe Nadel. Die will den Schlüssel haben. Wo kriege ich den Schlüssel her, verdammt? Muss doch jetzt langsam mal auftauchen. Ist noch am Ende des Spiels oder so. Gut. Da können wir speichern, aber wir gehen natürlich erstmal auf die andere Seite. Den Punkt nehme ich aber schon mal schnell mit. Wir gehen erstmal hier gucken, weil hier gibt es ja garantiert auch noch was für uns. Natürlich. Gletscherohrringe. Mhm. Klingt kalt. Käsekuchen. Klingt warm. Mhm. Warmer Käsekuchen. Oh, das ist so geil. Ich will Steak und da jetzt nachtischen Käsekuchen. Oh Mann. Ich hab so Hunger. Okay. Wir speichern hier dann wohl schnell noch. Zack. Prügeln uns hier wieder durch. Ein riesen Skorpion. Ja, wir könnten uns den Albusstein glaube ich auch so schnappen. Aber wir sind natürlich coole Leute und deswegen machen wir... Ja, den kriegen wir ja wohl hin, wa? So, der ist schon gleich tot. Der geht eigentlich ganz schnell hier down. Alter, ich bin tot. Was ist denn hier los? Äh. Damit hab ich jetzt... wenig gerechnet, muss ich sagen. Amortisier mal, du Sack. Okay, äh. Wir schnappen uns erstmal irgendwas. Okay, so. Schnell. Alter, ich dachte, der ist hier easy going, weißt du? So. Das war jetzt doch... Dass wir da... Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Aber gut, wir haben ihn besiegt. Also, ein weiterer Irrbestein. Tri. Ja. Was ist das war heute? Ja? Ja? Und put... sequ Verdammengladen. Ja? 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 Was? Was ist passiert? Es war so, dass die Leute in seiner Familie einfach... sterben. Es sieht so aus, fast alle, einer nach dem anderen. Es könnte nicht sein, dass sie... sterben? Untertitelung des ZDF, 2020